Heute werden wir einen kleinen Trick anwenden, wie du deine Ziele besser und schneller erreichen kannst. Und dazu dient diese Meditation. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Nimm dir jetzt Bewusstsein für dich und führe diese Meditation in einem geschützten Raum durch, in dem du nicht gestört werden kannst. Lege oder setze dich bequem hin, komme zur Ruhe und schließe deine Augen. Atme nun dreimal tief in den Bauch ein und wieder aus. Lasse deinen Atem nun wieder ganz normal fließen. Konzentriere dich dabei aufs Ein- und Ausatmen. So nutzt du den Atem, um deine Aufmerksamkeit nach innen zu lenken. Sollten Gedanken kommen, lasse sie wie Wolken vorbeiziehen. Halte nicht an ihnen fest. Erlaube dir, bei jeder Ausatmung alles loszulassen, was dich beschäftigt. Gib nach außen ab, was du nicht mehr brauchst. Stell dir nun vor, du sitzt in einem Kino. Vor dir ist die große Leinwand. Der Film, der heute gezeigt wird, ist dein Ziel. Stell es dir genau vor. Diesen Moment der Zielerreichung. Was siehst du? Wo bist du? Wer ist bei dir? Dreh den Farbregler auf. Mach es schön bunt und intensiv. Und gib gerne noch ein bisschen Glanz und Glitzer dazu. Was siehst du? Und was fühlst du? Wie fühlt es sich an, dieses Ziel zu erreichen? Und jetzt beame dich selbst in den Film. Du bist die Hauptdarstellerin. Was fühlst du im Moment der Zielerreichung? Spiele den Film noch einmal ab und sieh ihn aus deinen Augen. Du bist diese Person. Du hast dein Ziel erreicht. Was siehst du? Was fühlst du? Und komme nun nach diesem kleinen Kinoerlebnis wieder zurück in Zieh und Jetzt. Bewege deine Füße und deine Hände. Strecke dich, wenn du magst. Und komm zurück in den Raum, in dem du dich befindest. Atem noch einmal tief in den Raum, in dem du dich befindest. Öffne deine Augen und spüre der positiven Energie nach. Genieße für einen Moment noch die Entspannung und kehre dann in deinen Alltag zurück. Diese Meditation zur Zielerreichung kannst du gerne täglich machen. Entweder morgens, direkt nach dem Aufwachen oder abends, bevor du ins Bett gehst. Ich wünsche dir viel Erfolg. Ich wünsche dir viel Erfolg.